hey freunde willkommen zum test heute sind dran die jackie chans es sind vier kleine ich würde jetzt mal sagen circo blitze oder space flyer je nachdem sie steigen in die luft haben kleinen effekt und vier stück kosten 1 euro 50 hersteller ist leslie wir haben eine nem von 20 grad das spricht für fünf gramm pro kleinen blitz also ich sage dazu jetzt circo blitz und dann möchte ich mal sagen gehen wir gleich mal raus zur zündung ist auf jeden fall ein f2 artikel und gekauft wurde er bei pyroland ja genau also freunde bis gleich draußen zur zündung so dann machen wir gleich mal noch die jackie chance die steigen schön vorne hoch soviel zum thema schon gerade macht's befreundet ja 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 ja